morgen leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute habe ich für euch ein älteres leuchtset von komet das lichter queen dies war im überraschungspaket beim b und r postenhandel dabei ist ein älteres leuchtset wie gesagt von komet wir haben hier einmal eine victory fontäne drinnen blizzard knaller da hinten haben wir noch zwei fontänen drin die ich nicht erkennen kann da haben wir eine color fountain eine tschukuchu fontäne und zwei magic fontänen insgesamt 143 gramm neem drin und ja ich würde sagen ich teste das ganze leuchtset aber mit euch zu die ganzen sache mal weg und dabei wünsche ich jetzt ganz viel spaß leute so leute jetzt haben wir das lichter queen und dann wünsche ich euch jetzt viel spaß bei der zündung so davon machen wir drei stück und damit jetzt viel spaß den nächsten und die letzten so machen wir weiter mit der victory fontäne von komet das war schon machen wir als nächstes die happy night fontäne dann haben wir einmal die silver glitzer fontäne als nächstes die color fontäne als nächstes die color fontäne und als letztes die chukuchu fontäne mit pfeifeffekt so 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 gebt ihm wieder einen daumen nach oben und haut rein bis zum nächsten mal macht's gut und tschau so 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 so